Herzlich Willkommen zu unserem vierten Teil dieses Studiums bezüglich der Lehren von Jesus. Wir haben gesehen, dass Jesus auf diese Welt kam, um uns den Vater zu offenbaren. Er kam, um ein Leben zu führen, das auf den Vater hinwies. Er kam, um uns zu zeigen, dass in unserem Herzen eine Not herrscht, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um leben zu können. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das ganz einfach mit Erlösung überschrieben ist. Und die Erlösung des Menschen, sicherlich eine Betrachtung, die eine Ewigkeit wir studieren werden. Aber lassen Sie uns es betrachten von dem Blickwinkel, wie Jesus es uns nahe bringt. Warum braucht der Mensch einen Erlöser? Warum ist er in der Not, dass er wirklich einen Erlöser braucht? Die Geschichte und der Text, den wir haben als Grundtext für die Betrachtung, steht aus Johannes 3, Vers 16. Und der ganze Zusammenhang dieses Textes beweist und zeigt, dass Jesus mit einem Menschen spricht, der ein Gelehrter in Israel ist, ein Mensch, der an sich wissen sollte, dass er einen Erlöser braucht. Aber dieser Nikodemus ist sich nicht bewusst der Notwendigkeit eines Erlösers. Er ist sich nicht bewusst, dass er in seinem Leben einen Mangel hat. Und wenn dieser Mangel nicht behoben ist, sein Leben im Tode bleibt und somit für alle Ewigkeit verloren ist. Dieser Mann kommt zu Jesus und will mit Jesus über irgendetwas sprechen, was auch immer in Antrieb, wir wissen es nicht, weil Jesus ihn von vornherein an die Stelle bringt, wo er das Herz dieses Mannes haben möchte. Er sagt, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Etwas muss sich in dir ändern, damit du leben kannst. Und wir haben das in den letzten Betrachtungen gesehen. Und in der Beschreibung dieses Prozesses sagt er diese Geschichte ab Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Damit beendet Jesus sein Gespräch mit Nikodemus. Mit diesem Abschnitt, der so viel Information und so viel Tiefe enthält, dass er unfassbar ist in seiner endgültigen Konsequenz, denke auch in der Ewigkeit, werden wir uns mit diesen Worten Jesu beschäftigen und schauen, oh, das wurde uns damals, als wir es lasen, auf Erden nicht bewusst. So, Jesus offenbart dem Nikodemus, dass die Welt einen Erlöser braucht. Dass es jemand kommen muss, um den Menschen zu erlösen und dass Gott seinen Sohn gab, ihn sandte, damit er die Welt aus dem Verderben erlöste. So, der erste Gedanke, der mir wichtig ist, dass wir ihn verstehen, Erlösung des Menschen, die Erlösung des Menschen bedarf eines Erlösers. Erlösung des Menschen bedarf Erlösung des Menschen bedarf eines Erlösungsbedarfs. Erlösung des Menschen bedarf eines Erlösungsbedarfs. Dieser Gedanke, so einfach er ist, ist entscheidend für uns, dass wir ihn verstehen. Mir wird in der letzten Zeit immer deutlicher bewusst, dass dieser Gedanke der Abhängigkeit nicht nur von einer Quelle der Liebe, die Gott ist, weil wir sind abhängig von Wasser, von den Dingen, weil wir Geschöpfe sind. Wir können nicht leben, wir haben kein Leben in uns selbst. Aber der Gedanke, dass wir einen Erlöser brauchen, ist der Menschheit, ist den Menschen, auch den Christen, nicht wirklich bewusst. Ein Erlöser, eine Erlöser, eine Mittelperson, ohne die ich zum Leben nicht kommen kann. Und es ist mir wichtig geworden, dass ich dieses Bedürfnis des Menschen nach einem Erlöser ganz deutlich mache. Damit der Mensch erlöst wird, braucht er jemanden, der ihn erlöst. Der etwas für ihn tut, was er selbst für sich selber nicht mehr tun kann. Ganz egal, wie viel er sich anstrengt, ganz egal, was für Exerzitien er macht, wenn er keinen Erlöser hat, ist er verloren. Nichts ist dem Stolz des Menschen mehr entgegengesetzt als die Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit, dass, ohne dass mich jemand erlöst, ich verloren bin. Das ist für uns in unserem Herzen, ich denke, fast das Schwierigste zu sehen und zu akzeptieren. Aber der Mensch möchte selber etwas tun. Der Mensch meint, er könnte aus sich selber leben. Aber in der Not, in der wir als Menschen hereingeraten sind durch die Sünde des Adam, ist eine Not, die menschlich nicht mehr behoben werden kann. Es bedarf eines Mittlers. Es bedarf eines Erlöses, der etwas für einen tun muss, was man selbst für sich nicht mehr tun kann. Die Erlösung des Menschen bedarf eines Erlösers. Es scheint ein ganz banaler Gedanke zu sein, ganz selbstverständlich. Und dennoch, meine Lieben, denkt ein wenig nach. Seid ihr euch bewusst der Hilflosigkeit, in der ihr seid, euch selbst nicht erlösen zu können? Seid ihr euch bewusst, dass ihr nichts tun könnt, um euch selbst zu erlösen? Ist uns das bewusst, dann haben wir schon viel gelernt. Dann hat der Heilige Geist an unserem Herzen schon viel gearbeitet. Wenn wir erkennen, die Notwendigkeit eines Erlösers, eines Vermittlers zwischen uns und Gott. Der zweite Gedanke ist die Frage, warum ist der Mensch in dieser hilflosen Situation? Warum kann er nichts mehr tun, um sich selbst aus der Not herauszubringen? Und das ist wichtig, weil dieser Gedanke ist uns verschleiert. Wir Menschen sind blind gegenüber unserem eigenen Zustand. Wir haben den Eindruck, und das ist in uns selbst drin, in unserem Geist, die falsche Idee, wir sind Gott und wir können es aus uns selber tun. Den Menschen ist nicht bekannt, nicht bewusst, dass er einen Erlöser braucht. So die Religionen dieser Welt verkündigen nicht einen Erlöser, sondern sie verkündigen die Rituale und die Exerzitien, wenn ich so will, die ein Mensch tun muss. Und man muss ganz genau hinschauen. Ja, der Mensch muss mitarbeiten bei seiner Erlösung, da kommen wir noch hin. Aber eins ist die Notwendigkeit, nach einem Erlöser und durch den Erlöser erlöst zu werden. Und das andere ist, sich durch seine Religiosität, durch gewisse Taten oder Nicht-Taten erlösen zu wollen. Es gibt nur diese zwei Wege. Entweder bin ich mir bewusst, ich brauche einen Erlöser und ich wirke mit ihm zusammen, oder ich bin mir nicht bewusst, dass ich einen Erlöser brauche. Ich bin mir aber einer Erlösung bewusst. Ich muss erlöst werden. So tue ich etwas, um diese Erlösung zu erreichen. Aber ich tue es aus mir selbst heraus. So wie hier Jesus es sagt in Vers 19, Vers 19, Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Denn wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. So, die Werke müssen getan werden. Aber es gibt nur böse Werke und gute Werke. Die guten Werke sind nach der Definition Christi die, die aus Gott herausgetan sind. Und die anderen Werke sind die bösen Werke, die aus der Finsternis des bösen Herzens herauskommen. Aber der verlorene Mensch ist sich dessen nicht bewusst. Er liebt es zu sein. Und wenn man betrachtet die Religionen der Welt, nicht nur die Religionen, aber ich nehme jetzt mal im Wesentlichen die Psychotherapie, dass wie sie funktioniert im Sinne, dass der Mensch sich selbst erlöst. In der Psychotherapie gibt es nicht den Hinweis oder die Erklärung dem Menschen, dass er weiß, ich brauche einen Erlöser, um aus dieser Sache herauszukommen. Nein, der Mensch übt etwas. Er muss anders versuchen zu denken, damit er sich selbst erlöst. So, es ist dem Menschen bewusst, dass er eine Lösung braucht. Aber, weil das kann der Böse letztendlich dem Menschen nicht wirklich verheimlichen. Wir alle kommen in eine Not und wir müssen diese Not irgendwie lösen. Wir brauchen eine Lösung für unsere Not. Und die Lösung, die uns allen gefällt, die uns allen attraktiv ist, ist die Lösung, dass wir uns selbst erlösen. Schaut, man kann ganz einfache Methoden betrachten. Und wenn man alles nur nimmt nach dem Ausweg, was wird dem Menschen für einen Ausweg aus der Krankheit geboten? Und dem Menschen wird geboten, als Ausweg aus der Krankheit selbst etwas zu tun. Deshalb ist es ja ganz leicht, seinen Lebensstil zu ändern, wenn man in Not ist. Man braucht für die Änderung des Lebensstils, um vegan zu werden, um gewisse Dinge zu lassen, um Sport zu machen, um einen fitten Körper zu haben. Dafür braucht der Mensch keinen Erlöser. Er kann sich selbst erlösen, er kann selbst seine Nahrung ändern, er kann seinen Lebensstil und Lebenswandel ändern, er kann auf das Rauchen verzichten, er kann vom Alkohol wegkommen, er kann sogar von den Drogen wegkommen und sie ersetzen mit anderen Dingen. Der Mensch kann das von sich aus. So bewusst ist er, dass er eine Erlösung braucht, dass er eine Lösung braucht für sein Problem. Aber wo er sich nicht bewusst ist, ist, dass er einen Erlöser braucht, um das Problem zu lösen. Ja, er muss das Problem lösen. Es hängt auch an ihm, dass er das Problem löst, aber er braucht einen Erlöser. Und das kann der Satan sehr gut, wie zu sagen, in die Finsternis legen, er klipsen. Das heißt so wie er erstellt und verdeckt die Notwendigkeit des Menschen, dass er einen Erlöser braucht. Und indem er diese Sache verdeckt, kommt der Mensch nie zur Erlösung. Er arbeitet, er wirkt, er tut, aber letztendlich schafft er es nie. In der Zeit wird er eingeholt von seiner eigenen Not. Auch wenn vorübergehend der Lebensstiländerung und das Ganze ihm eine gewisse Befreiung gibt und auch teilweise es ihm gesundheitlich weitergeht. Aber betrachten wir dieses Leben dieses Menschen in fünf Jahren nach dem Wandel oder zehn. Der Mensch ist nicht in der Lage, wenn das Problem so ist, dass er es von sich aus nicht mehr lösen kann. Gott sei Dank gibt es solche Probleme, die den Menschen seine Not nach einem Erlöser zeigen. Ganz schlimm ist es, dass der Mensch eben diese Not nur nach Erlösung sieht, aber nicht nach einem Erlöser. Ich hoffe, dass dieser Gedanke deutlich wird. Es gibt zwei Wege, Selbsterlösung oder Fremderlösung. Erlösung braucht jeder und bewusst ist das auch jedem, mehr oder weniger. Aber ob er einen Erlöser braucht, das wird vom Bösen verdeckt. Und so strampelt der Mensch, so tut er alles, was er kann, wendet dies und jenes an. Aber letztendlich, am Ende dieser ganzen Anstrengungen steht das Versagen. Ich hatte gerade gestern eine Patientin, die 48 Jahre alt mit ihren Krankheiten kämpft und auch mit ihrem Stressfaktor. Sie macht Qigong und wer weiß welche anderen Methoden und sie sagt, ich tue das. Aber irgendwie bin ich in derselbe Situation hineingekommen, als ich vor ca. 15, 17 Jahren war. Seit 48 damals hatte sie eine Not. Damals durch das Verhalten ihres Ehepartners kam sie in eine Not und machte Psychotherapie und machte psychosomatische Klinik und machte ihre Therapien und ihr Qigong, was auch immer. Und vorübergehend schien es, dass es ihr half. Aber jetzt holt sie das Problem ein. Weil das Problem, das im Menschen liegt, das Problem, das er hat, wofür er eine Lösung braucht, kann er selber nicht lösen. Das kann er nicht lösen. Und das ist ihm nicht bewusst. Deshalb macht er alles Mögliche. Er macht alles Mögliche, um sich selbst zu erlösen. So, lasst uns die zwei Wege aufzeigen, die es nun gibt. Es ist Erlösung. Erlösung geht nur entweder über einen Erlöser oder über Selbst-Erlösung. Nur diese zwei Wege gibt es. Und sicherlich will der Böse, dass wir zur Selbst-Erlösung hinkommen. Er kann uns das nicht verhindern, dass wir in Not sind, zu erkennen. Aber er kann geschickt verhindern, dass wir sehen, wir brauchen jemanden, der uns erlöst. Ich bekam nicht vor langer Zeit eine E-Mail, dass ich mich auseinandersetze mit einer gewissen Heilungsmethode. Und es heißt in Englisch die Enlightening Process, der erleuchtende Prozess. Und es macht irgendein Mann aus England, er wendet gewisse Methoden an und wohl erfolgreich. Und der, der mir schrieb, war ein Christ, ein christlicher Arzt und sagte, es gibt andere christliche Ärzte, die dieser Methode gefolgt sind und sie haben gute Ergebnisse erzielt. Und ich soll mir doch meine Meinung dazu sagen, was meine ich dazu. Und ich hatte keine Ahnung über diesen erleuchtenden Prozess und über den Mann, der es verkündigt. Aber ich habe ein geformtes Schema, Dinge zu betrachten und auf den Punkt zu bringen, wohin führt der Weg? Führt er zu einem Erlöser oder führt er zur Selbsterlösung? Das ist ganz einfach. Wenn man an der Basis weiß, wie die Dinge laufen, dann kann man schnell innerhalb von zehn Minuten, konnte ich mich mit dem Thema dieses Mannes auseinandersetzen. Und konnte nach den Grundsätzen der Möglichkeit schnell entscheiden und zu sagen, es ist richtig oder es ist falsch. Und das Kriterium, wonach ich gehe, ist ganz einfach. Fremderlösung oder Selbsterlösung. Wohin führt der Weg? Schaut, der Weg dieses erleuchtenden Prozesses ist der, dass jemand hat einen Weg entdeckt. Er schreibt ein Buch darüber und sagt, ihr müsst das Buch lesen. Das Buch ist aber nur eine Einführung. Alleine könnt ihr es nicht tun. Auch sehr geschickt. Dann braucht man einen gewissen Therapeuten, der geschult ist, der einem hilft, dass man es über ihn tut. Der Prozess, der abläuft, wenn man alles betrachtet, ist, man macht sich menschenabhängig, man kann es sozusagen selber nicht alleine tun, hat fast so wie den Eindruck, du brauchst jemanden, du brauchst einen Erlöser, aber du brauchst nur einen Menschen, der dir hilft. Das ist kein Erlöser in dem Sinne. Aber letztendlich wird man nicht zu Gott gebracht, nicht auf die Gesetze des Lebens hingewiesen, sondern auf eine Methodik, die einen aus der Krankheit, aus der Not befreit. Und es führt zur Selbsterlösung. Schau doch, die gibt auch in unserer Literatur, es gibt Ärzte, Psychiater und wir haben noch hier in Deutschland ein Buch, das geschrieben wurde über die Heilung des Geistes von einem amerikanischen Psychiater. Und es hat den Einschein, wenn man das Buch liest, dass es die Not und die Not des Menschen gut erklärt, seine Not nach Liebe. Aber wenn man dann guckt auf die Methode der Heilung, dann ist die Methode der Heilung nicht die Hinwendung in völliger Hilfslosigkeit an einen Erlöser, sondern die Hinwendung in mühevoller, langwieriger Arbeit aus der Not herauszukommen. Selbsterlösung. Wir können ganz einfach entscheiden, wenn wir konfrontiert sind mit den gewissen Methoden der Heilung, der, wo wir aus der, ja, die Heilung des Menschen, wo wir aus den Problemen, die wir haben, rauskommen, ob sie geistig oder körperlich sind, dass das Ziel betrachtet. Wo endet das Ganze? Wo lande ich? Wird mir die Not bewusst oder nicht? Dass ich einen Erlöser brauche. Für etwas, der in meinem Leben etwas tun muss, was ich nicht mehr für mich tun kann. Was ich nicht mehr für mich tun kann. Aber ich brauche es, sonst kann ich nicht herauskommen aus meiner Not. Oder kann ich es aus mir heraus tun? Ich brauche nur die gewisse Technik. Ich brauche nur das, was mich ein bisschen erleuchtet in meiner Technik und dann wende ich das an und siehe da, ich komme zum richtigen Ergebnis. Meine Lieben, die Täuschung ist groß, weil es gibt gewisse Möglichkeiten im Menschen. Es gibt gewisse Techniken, die er anwenden kann, wo er vorübergehend den Eindruck hat oder auch sichtbar wird, dass es ihm besser geht. Aber das Problem ist nicht gelöst. Das Problem kann nur gelöst werden durch einen Erlöser, nicht durch uns selbst. Und das ist dem Menschen zuwider. Damit kann der Böse den Menschen leicht betrügen. Er blendet den Erlöser aus, er schiebt ihn zur Seite und sagt, okay, du hast ein Problem, siehe, ich gebe dir einige klare Wege, geh sie und es wird dir besser gehen. Ja, es funktioniert. Aber es funktioniert nur eine Zeit lang. Und es löst das Problem nicht. Deshalb kommt die Krankheit, auch bei denen, die einen anderen Lebensstil haben. Sie kommen vielleicht ein paar Monate oder Jahre später. Aber sie kommen trotzdem. Die, die den gesunden Lebensstil propagieren, werden auch krank. Und sie bekommen auch sterbliche, unlösbare Krankheiten. Trotz eines gesunden Lebensstils, eines Programms und einer guten Ausübung. Das ist nur eine Weile funktioniert. Und ich bin so dankbar, dass in unserem Körper die Notwendigkeit des Erlöses zum Vorschein kommt. Dass unsere Krankheiten uns zeigen, dass wir, auch wenn wir meinen, unserem Geist, wir haben eine Lösung, letztendlich beweisen, dass wir irgendwas nicht verstanden haben. Irgendwas noch nicht begriffen haben. Und das ist eines der wichtigsten Punkte, die mir am Herzen liegen, dass wir es alle verstehen. Was kann ich aus mir selber tun? Was muss ich tun, um erlöst zu werden? Und was kann ich nie aus mir selber tun, um erlöst zu werden? Die Entscheidung, ob unser Weg letztendlich im Lichte und im Leben mündet, ist, ob der Weg mir deutlich macht, dass ich einen Erlöser brauche. Und diese Deutlichkeit ist es, die uns lässt erkennen, die Wahrheit und die Lüge, die Licht und der Finsternis. Deshalb, lasst uns diesen Gedanken beenden. Es gibt nur Selbsterlösung oder Erlösung durch einen Erlöser. Guckt euch immer, wenn ihr irgendetwas betrachtet, den Hintergrund an. Das heißt, wo mündet das Ganze? Wo führt es hin? Am Anfang mag alles klar und deutlich sein. Das Problem ist deutlich beschrieben, unsere Liebesnot und was auch immer. Aber schaut, wo der Übergang ist zu dem, was muss ich jetzt tun? Was muss geschehen? Ja, ich muss was tun, ganz klar. Aber führt das Ganze mich zu einem Erlöser in meiner Hilflosigkeit oder führt es mich zu einer Methode, die ich aus mir selbst herauszuholen kann? Und so können wir Wahrheit und Lüge in kurzer Zeit voneinander trennen. Wir haben diesen wunderbaren Bibeltext. Wir sagen, es ist der goldene Text der Heiligen Schrift. Nämlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Warum ist das der goldene Text? Und worin besteht diese Liebe Gottes? Weil Gott ist ja Liebe. War er nicht liebevoll zu Satan und zu seinen Engeln? Ist Gott je nicht liebevoll? Nein, Gott ist immer liebevoll. Gott wollte und gab dem Bösen, als er in der Entscheidungsphase war und den Engeln, die verwirrt waren, ganz klar die Möglichkeit zu umkehren. Einige nutzt es, einige nutzt es nicht. Gott ist Liebe. Gott kann nicht anders als Liebe sein. Aber worin wird sie denn uns so außergewöhnlich sichtbar? Worin wird sie sichtbar? Und das ist das, was mir deutlich wurde. Sie wird sichtbar, dass die Erlösung des Menschen von Gott etwas verlangt. Nicht, dass er etwas verlangt. Gott muss etwas tun, um den Menschen zu erlösen, was ihn alles sozusagen kostet. Dadurch kommt seine Liebe natürlich in der Grenze zum Vorschein. Wisst ihr, auch die Liebe ist, wenn ich mal so will, etwas Wachsendes oder etwas, was man anwendet. Ich sage jetzt mal, es ist maßlos. So eine Mutter, wenn sie ihr Kind lieb hat, ist das eine Art Liebe. Aber wenn sie ihr Leben gibt für das Kind, das heißt, sie verzichtet auf ihr Studium, sie verzichtet auf ihre hohen, ja, das, was sie erreicht hat in ihrem Leben mit ihrem Studium und sagt, jetzt bin ich für dieses Kind da, weil dieses Kind braucht mich, damit es sich entwickelt, damit Geist und Körper sich gut entwickeln können und es zu einem lebensfähigen Wesen wird. Ich verzichte auf mein Leben, damit dieses Leben lebt. Damit aus diesem Leben etwas wird. Zumindest für die 10, 15 Jahre, die ich zur Verfügung habe für die Erziehung dieses Kindes. So eins ist die Liebe einer Mutter, die ihr Kind liebt, aber auch ihren eigenen Job und ihre eigene, ich sage jetzt mal, Anerkennung braucht von außen. Und sie sorgt für Kind und für sich selbst. Und etwas anderes ist die Liebe einer Mutter, die sich selbst vergießt, zugunsten des Kindes. So, die Liebe Gottes, um das Bild zu nehmen, geht einen Weg, der außergewöhnlich ist, nämlich, um den Menschen erlösen zu können, muss er Mensch werden. Er hat keinen anderen Weg dazu. Dieses menschliche Wesen ist kaputt durch die Sünde. Die sündige Natur wird vererbt von Mensch zu Mensch. Es gibt keine Möglichkeit, dass Gott irgendwie dem Menschen zur Seite steht und ihm hilft, aus seiner Not herauszukommen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, er muss Mensch werden, um diesen Zerstörungsprozess des Menschen zu stoppen. Und um das zu tun, um das zu erreichen, muss er seine Gottheit, wenn man so will, zur Seite tun und ein Geschöpf werden, damit er dieses Geschöpf wiederherstellt, wieder repariert. Und das, darin ist diese Liebe Gottes, deshalb, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, die Liebe Gottes kommt zum Ausdruck, dass er sich selber aufgibt. Nicht nur, ich sage jetzt mal, im großen Sinne dient uns Menschen, das tut er so oder so, aber hier muss er einen Schritt mehr gehen. Er muss Mensch werden. Der Schöpfer des Menschen muss Mensch werden, um den Menschen aus seiner Not zu erlösen. Und Gott sagt, okay, ich bin bereit und ich tue es. Ich kenne keine Grenzen in meiner Liebe. Koste es mich, was es wolle, wenn es nur eine Möglichkeit gibt, dieses kaputte Wesen, dieses Geschöpf, was einmal perfekt gemacht wurde, wieder neu zu schaffen. Hier liegt das Geheimnis, dieses Ausdrucks, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er muss etwas tun, um uns zu erlösen, das ihm das kostet, dass er auf seine Gottheit verzichtet, in seinem Sohn. Und er kommt und wird Mensch. Etwas, was wir nicht erklären können. Aber wir können es mit dem Auge des Glaubens sehen und erkennen, worin die Not lag. So, Gott liebt uns Menschen und er liebt uns umsonst. Und weil wir durch unser eigenes Fehlverhalten, das von Adam, und wir haben dann die sündige Natur, das heißt, das falsche Auge, das böse Auge geerbt, das uns ins Verderben bringt. Und um das aus unserem Leben zu entfernen, um uns neu zu machen, muss der Schöpfer Mensch werden. das ist das Geheimnis der Liebe Gottes. Das ist ein Schritt mehr, wie jemandem beizustehen, wie jemandem zu dienen, eins mit ihm zu werden. Das war die Not, das war der einzige Weg, um uns zu erlösen. So, die Liebe Gottes besteht in der Menschwerdung. Das ist ein, das ist ein, ja, das ist ein Weg, den die Liebe hier geht, der außergewöhnlich ist, ist nicht das Gewöhnliche, nicht die Erhaltung des Lebens. Gott erhält jeden am Leben durch seine Liebe, hier geht die Liebe ihren äußersten oder letzten Weg, wenn man so will, bis dahin, dass der Schöpfer Mensch wird, weil nur so kann er den Menschen erlösen. das wird uns sehr schön beschrieben im Philippe 2 Ich lese ab Vers 1 Gibt es Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erwarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer dem anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Scheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So, hier ist dieser Prozess beschrieben. Jesus als Gott und als Gott gleich, wie hier die Bibel es beschreibt, entäußert sich selbst. Er hält das nicht fest, sondern äußert sich selbst und wird Mensch. Er wird Mensch und dieses diese Menschwerdung Jesu ist das, was wir verstehen müssen, damit wir verstehen, dass wir einen Erlöser brauchen. Wir haben das schon häufig skizziert und ich versuche es immer in einem Bild irgendwie zu malen, zu zeigen. Wir als Menschen haben in unserem Geist, in unserem Herzen ein Auge. Es ist böse Auge. Mit diesem bösen Auge tun wir alles, was aus diesem bösen Auge herauskommt, ist böse. Egal, was der Mensch tut, um etwas zu tun, was liebevolles und Gutes, es ist immer letztendlich von Stolz und Egoismus geprägt. Er kann nur aus diesem Auge heraus handeln. In unserer Absicht haben wir alles gut. Wir wollen das Gute tun. Ich sprach vor kurzem mit einer Mutter und sie hat seit einem halben Jahr kaputt und sie kann ihre Gedanken nicht mehr wegnehmen von ihrer Tochter. Ihre Tochter ist 19 und hat einen Freund und der Freund ist nicht gläubig, aber auch die Tochter entfernt sich von Gott und sie verbringt die Nacht mit Telefonaten, mit SMS, sie lernt nicht mehr gut, ihre Noten fallen zur Seite, ihr Abitur ist nicht gut geworden, all das, weil diese Tochter jetzt einen Freund hat und ist ganz verrückt danach. Die Eltern, die Mutter ist eine gläubige Frau und sie ist nicht einverstanden mit dem Freund, aber er passt nicht, er ist ja und ich gebe ihr rein äußerlich völlig recht, dass der nicht passt zu ihrer Tochter. Aber diese Frau, diese Mutter, lieb doch, hat eine gute Absicht und ich habe versucht zu erklären, schau, du hast eine gute Absicht, du willst das Beste für deine Tochter, aber dein böses Auge zwingt dich zur Gewalt. Du bist aber hilflos gegenüber deiner Tochter, die Gewalt, aber die du anwendest, zerstört deinen Körper und bringt deine ganzen Hormone und dein ganzes Wesen durcheinander. Und dann sagt sie, sage ich ihr, für wen willst du denn, dass die Tochter den guten Freund hat, für die Tochter oder für dich selbst? Und dann sagt sie, natürlich für die Tochter, ganz klar. Sie sieht ihr Herz nicht, sie sieht nur ihre Absicht und in ihrer Absicht will sie der Tochter Gutes und dann versuche ihr zu erklären, aber wenn du Gewalt anwendest, willst du es für dich, weil du es für den anderen kannst du ihn respektieren. Und dann sagt sie einen bezeichneten Satz, der ist mir stecken geblieben und es sind manchmal so Worte, die mich fangen und dann sage ich, okay, das ist was ganz bezeichnendes. Da sagt sie, ja, auch wenn ich Gewalt anwende, ich will es für sie, nicht für mich. Und dann wird mir klar, wie blind der Mensch ist gegenüber sich selbst. Wo Gewalt ist, das ist für mich. Deshalb werdet ihr sehen, dass Gott nirgendwo in seinem ganzen Handeln im Erlösungsplan des Menschen nirgendwo Gewalt hat, um jemanden zu verändern. Gott übt Gewalt aus, am Ende, wo jeder und das aus Gnade, dass jeder zum Schluss kommt, dass er wenn er verloren ist, ja, Gott muss richten, aber es gibt keine Gewalt zum Gutnehmen. So, diese Frau hat eine gute Absicht und sie würde sogar Gewalt anwenden, um dieses Mädchen von ihrem Freund zu trennen und sie so zu halten, dort zu halten, dass sie nicht flieht und so weiter. Und sie ist überzeugt, sie würde es tun, um der Tochter will. In diesem Zustand der Blindheit, ja, in diesem Zustand der Blindheit befindet sich der Mensch und er hat null Chance, aus diesem Zustand herauszukommen. Die Folge dieser Blindheit ist die Selbstzerstörung. Diese Mutter trauert um ihre 19-Jährige, so wie wenn sie tot ist. Sie erinnert sich von, sagt, ich erinnere mich von dem sie in meinem Bauch war und Baby und welche gute Zeiten und all das. Und ich habe gesagt, stopp dieses Denk. Deine Tochter ist noch nicht tot, aber ich sehe sie, wie sie sich selbst zerstört. Oh nein, sie zerstört sich nicht selbst. Sie ist nur ein Prozess des Lernens. Sie ist noch nicht tot, sie ist noch nicht selbst zerstört. Ja, sie ist auf dem Weg der Selbst Zerstörung, aber lasst uns doch nicht das Ende vorweg nehmen. Lasst uns doch schauen, es gibt einen Erlöser braucht sie, bevor sie ihrer Tochter helfen kann. Und jetzt wird es deutlich, was die Mutter nicht kann für sich selber tun. Trotz ihrer guten Absicht, die liebevoll ist, ist ihr Handeln ein blindes und ein gewalttätiges, zerstörerisches und die Mutter ist schon in Depression, sie ist schon festgenagelt, weil dieses blinde Auge ihr Leben an einen Menschen bindet. Nur Chance, nur Chance auf Leben, weil im Menschen gibt es kein Leben, egal wie viele Menschen du dir an dich bindest, egal wie viele Freunde du hast, egal, dein Schicksal ist der Tod. Du kannst aus dir heraus wenn in Not gekommen nichts tun. Deshalb kommt Christus auf diese Welt und er kommt als Mensch und er kommt als Mensch mit diesen zwei Naturen. Er muss laut Erb Gesetz dieses Auge von Maria erben und er musste es auf sich nehmen, weil er muss ja etwas im Erlösungsprozess bewirken und er hat natürlich auch das gesunde Auge vom Heiligen Geist. Er hat zwei Möglichkeiten. Der Mensch in seinem gefallenen Zustand hat nur eine Möglichkeit. Er kann nur das Böse tun. Er kann sich nur selbst zerstören. Der Begriff Erlösung ist Erlösung von der Selbstzerstörung. Dieses blinde Auge führt jeden Menschen zum Zerstören. Der Mensch kann sich dieses blinde Auge nicht ändern. Es gibt die zwei Dinge, die der Mensch nicht tun kann. Er kann die bösen Taten, die er aus der Vergangenheit getan hat, kann er nicht wiedergutmachen. Dazu braucht er Vergebung. Die Wegnahme der Taten. Aber die Wegnahme der Tat ändert das Auge noch nicht. Die Vergebung der Sünde löst das Problem des Menschen nicht. Deshalb kann jedem vergeben, wo das Auge noch nicht endgültig ist. Deshalb konnte er Satan und den Engeln vergeben und sie wären alle wieder angenommen worden. Ihre Natur wäre nicht verändert gewesen. Aber hier durch die Veränderung der Natur des Menschen ist Vergebung hilflos. Nur die Wegnahme meiner Taten von gestern führt nicht zu meiner Lösung. Ich habe Vergebung, aber ich bin immer noch mit demselben Auge. Und in der nächsten Situation handel ich genauso gewalttätig. Mit guten Absichten natürlich. Aber immer noch falsch. Deshalb kommt Christus. Er muss beide Werke tun. Ich kann für meine vergangenen Sünden nichts tun, sie von mir wegzunehmen. Eine einzige würde mich töten. Die übernimmt er. Die nimmt er von mir und tut sie auf sich selbst. Meine sündigen Taten, die ich aus meinem blinden Auge getan habe. Aber er muss mehr als das tun. Er muss das blinde Auge töten. Deshalb kommt Christus und am Kreuz tötet er das blinde Auge. Am Kreuz macht er etwas etwas für den Menschen möglich, dass derjenige durch den Glauben den Glauben durch den Glauben kann dieses Auge des Menschen gekreuzigt werden werden. Und er bekommt ein neues Auge von Christus. Christus muss sowohl die alte Natur kreuzigen und durch den Glauben kann der Mensch seinen alten Menschen gekreuzigt bekommen und Teilhaber werden der göttlichen Natur. so der Mensch braucht eine Lösung für etwas was er für sich selber nicht mehr tun kann. Erst nachdem er zwei Augen hat hat er wieder eine Kontrollemöglichkeit über sich selbst. Bis er nur das böse Auge hat ist er komplett verloren. Ganz egal was ist. Deshalb kommt Christus um in sich selbst das kaputte Auge zu zerstören. Die Bibel beschreibt es so schön in vielen Texten besonders Römer Kapitel 8 Vers 3 Was dem Gesetz unmöglich ist, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte. Das heißt, das Gesetz müsste diesen Menschen verdammen. Es ist keine Möglichkeit, das Gesetz kann niemand erlösen. Was dem Gesetz unmöglich ist, weil es durch das Fleisch geschwächt ist. Durch dieses Fleisch kann keiner das Gesetz halten. Das tut Gott, indem er seinen Sohn sandt in der Gestalt des sündigen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch. das heißt, er musste nicht nur die Taten der Sünde von uns weg nehmen, er musste auch die Wurzel kaputt machen, damit in Vers 4 von Römer 8 die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt wird. Ich muss nämlich das Gesetz schon halten, aber jetzt habe ich eine Möglichkeit, es tun zu können, jetzt bin ich durch das Fleisch nicht mehr geschwächt, weil ich habe jetzt das Fleisch gekreuzigt und ich habe eine neue Natur, mit dem ich jetzt überwinden kann. Diese neue Natur wird mir vermittelt durch den Heiligen Geist als einzige Lösung für mein Problem. so was kann der Mensch für sich selber nicht mehr tun, damit er eine Erlöse braucht? Der Mensch kann sein Herz nicht ändern. Er kann das Auge, das ihn steuert nicht mehr verändern, weil er hat es ja so geerbt bekommen und als Adam sündigte ging der Mensch kaputt. Vergebung kann ihn nicht erlösen, weil er ist jetzt ein Sklave des Bösen geworden. Vergebung macht den Menschen nicht fähig, nicht mehr zu sündigen. Deshalb ist das Werk der Erlösung nicht getan mit einer Vergebungsbotschaft. Oh ja, sie ist notwendig. Ohne Vergebung gibt es keine Lösung, aber sie ist nicht das, was den Menschen befreit aus den Ketten der Gefangenschaft. Aus den Ketten der Gefangenschaft befreit uns nur, wenn die Wurzel weg ist. Deshalb muss und deshalb ist das Evangelium so bezeichnet und der Paulus schreibt es so deutlich und sagt, denn ihr sollt so gesinnt weinen, wie es Jesus auch war. Das heißt, wir brauchen eine neue Gesinnung. Wir müssen fähig sein, wenn unsere Kinder den falschen Weg gehen, sie gehen zu lassen und sie weiterhin zu lieben und uns so verhalten, dass wir nie gewalttätig sind, so wie Jesus den Judas gehen ließ, obwohl er sich die meiste Mühe und Anstrengung an ihm erwies. Jesus hat alles getan, aber nur Gewalt hat er nicht angewendet, weil er das nicht kennt, um den Judas zu retten. Deshalb lasst uns hier abschließen, diese Betrachtung, wir haben noch eine Stunde in der nächsten Woche und da wollen wir das Ganze dann noch ein wenig näher betrachten, wo es darum geht, wie der Mensch erlöst wird. Die Gedanken, die ich äußern wollte, die ich äußerst wichtig finde, ist, dass wir verstehen, der Mensch braucht Erlösung. Er braucht eine Erlösung, weil er sich sonst selbst zerstört. Gott beweist einem jeden Menschen im Endgericht, dass er sich selbst zerstört. Aber Erlösung, die der Mensch braucht, ist nur möglich durch einen Erlöser. Alle Exerzitien, die ein Mensch tun könnte, um etwas aus sich selbst zu tun, sind hilflos, weil die Wurzel seines Herzens, die Quelle, aus dem er alles tut, böse ist. So kann er alles, was er tut, nur böses tun. Ganz egal, wie äußerlich und absichtlich es liebevoll ist. Die Liebe Gottes wird dadurch offenbart, dass Gott an eine Grenze geht, nicht nur, dass er dient, es ist Liebe, sondern er wird Mensch, weil nur im Menschen kann er auf sich nehmen, die sündige Natur. Nur im Menschen kann er auf sich nehmen und das Übel im Fleisch zu verderben. Er musste es in sich selbst tun, damit ich durch den Glauben es, so wie ich die sündige Natur erbe, durch den Glauben die göttliche Natur erbe, aber auch die göttliche Natur reicht nicht, die sündige muss ja zuerst getötet werden. Das kann ich auch nicht für mich tun. Ich brauche einen Erlöser. Gott wird Mensch, damit er an meiner Stelle etwas tut, was ich nicht mehr für mich tun kann. Er nimmt für mich die Sünde weg. Er tötet in sich selbst das falsche Auge, stolz und Egoismus, die sündige Natur tötet er in sich selbst, durch sein ganzes Leben und endgültig am Kreuz. Als er auferstand, war davon nichts mehr da. Ein neues Wesen Wahnstein. Er tötete diese Natur, aber er vermittelt etwas, was entscheidend ist. Durch die Auferstehung Christi bekommen wir den Heiligen Geist, der das ganze Leben Jesu in unser Leben bringt und unser Leben jetzt von innen nach außen umwandelt, wie wir das im letzten gesehen haben. Und das erfordert Mitarbeit, ganz klar. Aber ohne diese Vortaten, ohne die Neugeburt, ohne dass der alte Mensch stirbt und der Neue in uns hineingesetzt wird, ist alles anstrengend, fatal und sinnlos. Wir brauchen Erlösung, aber sie geht nur über einen Erlöser. Bist du dir deiner Notwendigkeit eines Erlösers bewusst? Schreist du zusammen mit Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Denn ich das Gute will, aber ich finde ich tue das Böse. Schreist du nach einem Erlösen? Wenn es etwas gibt, wo ich mir heute bewusst bin, ist diese Notwendigkeit. Ich brauche einen Erlöser. Ich bin hilflos verloren. Mich selbst zu zerstören, würde mein Erlöser nicht da sein, würde er nicht wirken durch den Heiligen Geist in meinem Herzen, dann wäre ich völlig hilflos und verloren. Aber mit ihm zusammen kann alles überwunden werden. Die Erlösung funktioniert. Sie wird hier auf Erden funktionieren, indem der Heilige Geist mein Leben umwandelt und deines und eines jeden, der sich dem unterstellt. Und sie wird endgültig vollendet sein, wenn die sündige Natur aus meinem und aus deinem Leben abgetötet durch die Umwandlung oder durch den Tod passiert. Herr möge uns Klarheit geben in unserem Verstand, dass wir die Notwendigkeit nach einem Erlöser immer vor Augen halten. Sie ist der springende Punkt, der von allen anderen Erlösungstheorien uns bewahrt. Die Notwendigkeit nach einem Erlöser. Amen. Erlöser. 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 Erlöser.